Wir haben uns ein Porno angeguckt und haben uns gegenseitig, also nicht gegenseitig, aber jeder hat für sich eingeschleudert. Ja, aber doch, nicht Alter. Doch, doch, ich schwöre, Alter. Ich schwöre, Alter. Und habt ihr alle dann am Teller gewichselt und guckt, wer am meisten gattet? Naja, so ungefähr, ja. Ja, korrekt, Mann. Kannst du nachher bei YouTube hören. Ich bin Giovanna, kann man gehen.